Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead, Episode 3. Ja, ähm, es ist mal wieder viel passiert. Zuletzt Reggie ist tot und ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie ich Bonnie einschätzen soll. Also sie ist für mich auf jeden Fall ein bisschen feige und so, aber okay. Ist das Luke? Yeah, Luke ist wieder da. Den mag ich übrigens. Toll, dass er wieder da ist, aber ich hab auch nicht dran gezweifelt. Ich wusste nur nicht, wie er zurückkommt und wann, aber... Ich muss los, geht es sich gut, wieder die Hölle hier dran. Ich hab noch nicht gewusst. Du fühlst dich okay? Nein, nein, ich meine... Ja, ja. Sorry. Ich könnte nur ein bisschen schlafen, duißt? Es ist schwer, wenn du denkst, Lurker ist, ob du dich auf den Moment zu kommen. Aber ja. Ja, ich bin okay. Okay, nicht über mich. Es scheint gefährlich. Uh oh. Oh, der ist voll überdreht. Ich besorge die einen. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Wir brauchen eine von diesen Radios. Und lasst alle wissen, dass ich okay bin. Okay? Ich bin überrascht, dass sie... Clementine! Geh raus, wo ich dich sehen kann! Geh raus, raus! Was hast du denn gemacht? Warte mal! Ich war auf Comics. Es ist eine ganze Karte voll. Ja? Oh Scheiße. Du solltest nicht dotteln, Frau. Mach etwas wie das wieder und du wirst auf meiner Hand treffen. Bill Radio. Er will ein Wort mit dir in seinem Büro. Also geh auf da, jetzt! Nein, nicht, dass er jetzt selber nach Comics dann guckt und Luke entdeckt. Hoffentlich war das nicht eine falsche Antwort, weil er sich das gemerkt hat. Hm, es ging so schnell, wie immer. Okay, Papa und Mama reden miteinander. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wenn es ihr so schlecht geht, frage ich mich. Sie ist eine starker Frau. Er ist entzündet von schwachen Männern. Und ich lasse meine Kinder umgebracht. Geh rein. Ob Rebecca das wirklich schafft mit dem Kind? Äh... Oh Gott, was ist mit ihm denn passiert? Was soll das? Was soll das? Sie hatten keinen Sinn? Ich habe keine Angst. Aber es ist die ganze Zeit nicht so recht. Ich würde mich nicht so interessiert von seinem Wellbeing sein, wenn ich dich wäre. Nicht mit dir zu sein, wenn du dich so nah an der Feuer selbst bist. Jetzt. Wow. Du hast sicher, dass du mir die Wahrheit erzählst, wenn du da bist, wo du bist. Und du wirst nicht in dieser Stimme endet. Du kannst nicht glauben, was das zu tun hat, aber ich mag Reggie. Er war ein lustiger Mann. Er hat Dinge leicht gehalten. Du brauchst Leute wie das. Es ist einfach, dass die Depression in die Zeit in die Zeit, wenn du so bist. Er ist ein Mörder. Ich verstehe. Er musste nicht sterben. Wünschte Kenny hätte dich getötet. Du hast recht. Bin ich wie du. Ich verstehe die Flocken, um sie sicher zu halten. Es ist ihre Natur, zu folgen, nicht zu führen. Ich bin nicht wie du. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als du denkst. In fact, ich denke, du hast es gesehen, aber du hast noch nicht gefühlt. Es gibt keine Chance, dass du so lange durstest. Ich habe es gesehen, dass du in der Kabin, du hast Angst. Was ist, wenn es nicht deins ist? Es ist Elvins Baby. Ich werde dir helfen. Wenn ich jemanden zu handen, das alles zu tun habe. Aber ich bin nicht mehr über das. Was, wenn es nicht deins ist? Also, wenn das nicht wahr ist, ist es mir jetzt. All right, jetzt... Will? Du da? Ja, ich bin hier. Die Beinstehe ist verletzt. Ich habe wirklich nicht die Scheiße. Wie schlecht ist es? Ja, so eine Sache mit dem Carver. Ich meine, Clementine könnte natürlich ihm auch immer so ein bisschen Zucker um den Mund schmieren und so tun, als ob sie ihn versteht. Es gab jetzt schon immer die Möglichkeit, gerade so ein bisschen ihm zuzustürmen. Aber wie er halt gesagt hat, ich fühle mich damit halt noch nicht wohl. Schlechte Idee. Lärm wird Streuner anlocken. Luke hat einen Plan. Das ist alles gefährlich. Kenny, nicht zu mir sagen, wie ich das. Vielleicht Luke kann uns helfen. Er ist draußen. Er braucht ein Radio zu helfen, um die Gäste zu halten. Danke. Das ist die Plan, ich wähle für. Du wissen über Luke? Er hat uns festgelegt, als Troy nicht zu schauen. Er hat uns seine Plan. Er hat gesagt, er hat mit dir gesprochen. Wenn Luke kann uns was mit den Gästen, dann können wir das nutzen, um einen guten Zeitpunkt zu helfen. Das scheint rechtlich. Wer weiß, wann das wird sein. Es gab eine Frau in Crawford, die an die Kirche hat, um die Kirche zu holen. Wir brauchen einfach etwas wirklich laut. Der P.A. System Carver ist immer sehr laut. Künstlieren sieht die Steuerung aus dem Carver's Büro. Oh, ich habe die Lautsprecher gesehen. Sie funktionieren? Ich habe sie nie aufhört. Eigentlich, ich habe sie nie aufhört. Sie sind aufhört, aber... Es ist alles in Bill's Office kontrolliert. Es gibt einen Schnapp, der sie aufhört wird. Wie wissen Sie das? Ich habe viele Anrufe gemacht. Ich habe sie aufhört. Glücklich war es nicht viel, um es zu hören. Es war ziemlich laut, aber... Wir können beides tun. Die Hell ist unsere beste Option. Wir sollten Luke ein Funkgerät besorgen. Schwierig. Luke ist in kein Form, um uns zu helfen. Du willst unsere Feuze in diesen Mannen? Das ist nicht passiert. Warum können wir beide tun? Selbst wenn wir die Herd zu uns bringen, ist es wahrscheinlich gut für Luke, um uns zu erzählen, wo sie kommen. Du weißt, was? Alles klar. Ich kann das hinterher kommen. Okay, also wir bekommen das Turd-Radio. Er bleibt uns auf dem Herd-Movement. Wir fangen die P.A.-Thing und bringen die Walkers, um diesen Ort zu rollen. Und dann was? Und dann? Wir fangen die P.A.-T? Ich weiß nicht. Was wir können. Wir Improvise. Dann ist das nicht ein Plan. Du nicht planst, um zu Improvise zu Improvise. Ich weiß, was dein Problem ist. Du denkst das alles durch. Wenn das Ende des Plan ist, ist es nur ein Stroll durch eine Herd von Walkers, dann sollte man wissen, dass es nicht mehr so funktioniert. Eigentlich, ich mache das alles. Tja. Habe ich doch am Anfang gesagt. Sie hat sich nur getan. Das ist ekelhaft. Die hat es herausgefunden. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe es auch schon gemacht. Was? Es ist, wie wir aus dem Marschhaus kamen. Lee hat mich aufgefunden. Und wir fangen direkt durch. Wirklich? Holy shit. Oh, eine gute Idee, Lee. Alles klar. Was warten wir für uns? Lass uns das stupide Radio holen. Wir müssen trotzdem einen Weg finden, um in die Stockräume zu kommen. Ich habe auch einen Plan für das. Komm schon, Kind. Ich brauche deine Hilfe. Hm. Spannend. Woher kommt sie aus? Aber nicht, dass sie uns am Ende noch verrät. Ich meine, wir kennen die ja eigentlich auch gar nicht. Muss ich. Sieht nicht besonders strappiert. Sie ist unser bester Betten. Ich meine das, Clem. Und jetzt oder nie, ich glaube. Das ist meine Frau. Wir müssen die Röpe runternehmen. Mike, willst du sie aufbauen? Komm schon, Kind. Nicht los. Ich habe dich. Ich habe dich. Hm. Okay. Okay. Hm. Hoffentlich tut sie sich nichts. Das mit dem Hundebiss am Anfang war schon blöd genug. Ich will nicht, dass Clementine sich wehtut. Also... So richtig doll. Okay. Okay. Mhm. Boah, da sind schon ganz schön viele. Ganz schön viele. Und selbst wenn die dann alle kommen, die müssen ja dann auch erstmal weg. 100% passiert da auch wieder was. Echt. Bei so vielen Leuten geht immer jemand rauf. Und bei The Walking Dead sowieso. Und bei The Walking Dead ist. Aber, wenn ich sie mir nicht glaubt, was ich mir zu schreien. Es müssen darum gehen. Es gibt vier, 3000 oder 3000 davon da. Die Autorzieren. Nein, nicht in der Autorzieren. Ich sehe nicht die Autorzieren, aber ich sehe die Kohle, die sie kregen. Du hast keine Sicherheit? Was hast, wie viele es gibt? Hallo, wo soll ich denn hin? Geht grad nix. Aber ich hab Angst, dass der mich sieht. Ist voll nah an ihm dran. Da ist der Arsch. Und das merkt er nicht, ja? Sie schleicht hier rum. Also wenn er das nicht sieht, was ist er denn für eine? Der soll mal weiter telefonieren. Was mach ich denn jetzt? Kann ich wieder zurücklaufen? Ja, kann ich. Ich wollte auch eigentlich zur Tonne zuerst hier hin. Aber dann ist sie dann gleich nach hinten gelaufen. Scheiße. Menno, ist hier irgendwas zum Benutzen? Ja, das klappt ja super. Dass hier kein roter Bereich ist, wundert mich. Tja. Eww. Tja. Hallo. Ruf doch gleich nach oben. Die Tür ging ja auch nicht. Hat sie ja schon ausprobiert. Muss noch irgendwas in einer ganz anderen Ecke sein. Aber da geht sie nicht weiter. Tja, was hab ich denn dann übersehen? Mhm. Tja, was im Eimer? Kann sie irgendwo hochklettern? Oder will sie jetzt wieder zurück, weil sie hier nicht weiterkommt? Ach, vielleicht ja hier mal rum. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Ja. Diese Steuerung, ey. Also ich spiel mit Gamepad. Nur, dass ihr's wisst. Aber wisst ihr wahrscheinlich anhand der Dialoge schon. Na. Okay. Da sind die Funkgeräte. Das ist gut. Das ist crazy about Reggie, huh? Yeah. Du denkst, Bill? Go on. Nah, ich war nur... Ich war nur, ob du denkst, dass du Bill vielleicht... Spit es raus, Hank. Ich glaube, Bill wird ihn wieder zurück. Huh. Du nicht? Nein. Du? Ich weiß nicht. Also, wirklich? Keine Scheiße. Du denkst, wir sind bereit? Ich glaube so. Die Homestead, zumindest. Ich bin nicht sicher über die Expansion. Oh, dass die das nicht merken, ey. Uh. Schnell runter. Oh Gott. Also, Clementine könnte auch ein bisschen mehr aufpassen. Yep. Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Oh Gott. Die merkt das doch und ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Scheiße. Die merkt das doch und ich habe es nicht geschafft. Ganz ehrlich. Na, endlich. Ich habe das schon wieder... Oh, oh. Das sieht die doch. Komm. Ey, die wird doch 100 Pro jetzt erwischt, Clementine. Nein. Das hat die... Das hat die nicht gemerkt. Dann aber hier oben, oder? Das... Nein, das... Ah, ah. Damit kommt die durch? Psst. Jetzt hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das klappt. Das war so cool. Danke, Clem. Ich habe gesagt, du wahrscheinlich nicht sterben. Nice job. Ich hatte ziemlich Angst, danke. Danke. Ja. Anyway, get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he'd just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember. He was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. He was a good boy. 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 Vielen Dank.